Einführung in die Botanik, Poazeen, warum sind viele Grashalme gestreift? Nehmen wir an, dieses flanke Gras sei ein Meter hoch, also 100 cm oder eben 1000 mm. Beträgt der Stängeldurchmesser bloß 2 mm, was durchaus möglich ist, so ist der Halm 500 mal höher als breit oder dick. Stellen wir daneben den Eiffelturm, der eine Höhe von 324 m besitzt und eine Standfläche mit 125 m Kantenlänge, dann beträgt das Verhältnis Breite zu Höhe hier 2,6. Im Vergleich zum Grashalm also ein unglaublich plumper Geselle. Nehmen wir nun weiter an, es ginge ein starker Wind, dann wird sich das Gras selbstverständlich und problemlos elastisch verbiegen, während der Eiffelturm dies auf keinen Fall tun darf. Von einem Gebäude wird erwartet, dass es dem Sturm trotzt, so gut wie nicht schwankt und sich schon gar nicht verbiegt. Darum steht der Eiffelturm so breitbeinig da und darum sind Gebäude in den Proportionen von Grashalmen undenkbar. Pflanzen sind also nicht nur der statischen Schwerkraft ausgesetzt, sondern auch dynamischen Kräften, dem Verbiegen durch den Wind oder durch Tiere oder allenfalls durch Wasserströmung. Daher sind die allermeisten Pflanzen elastisch. Nehmen wir nun an, dies sei ein solcher senkrecht stehender Spross. Wenn dieser nun verbogen wird, sich also krümmt, dann wird die äussere Seite gedehnt und gleichzeitig die innere Seite gestaucht. Schwankt die Pflanze im Wind hin und her, dann wechselt die Beanspruchung der Oberfläche permanent zwischen Strecken und Stauchen. Im Zentrum wird dieser Stängel hingegen weder verlängert noch verkürzt. Er wird hier nur leicht gekrümmt. Um Schäden zu vermeiden, nützt die mechanische Verstärkung natürlich da am meisten, wo die Kräfte am grössten sind, das heisst an der Peripherie. Treten beim Verbiegen eines Sprosses oder einer Stange, wenn es totes Material ist, Risse oder Wülste auf, dann an der Peripherie und nicht im Inneren. Die zentralen Partien können daher weggelassen werden, ohne dass sich die Biegesteifigkeit wesentlich verschlechtert. Sehr oft sparen sich die Pflanzen dieses Material, das heisst senkrecht stehende krautige Stängel sind dann hohl. Technisch gesprochen wird damit aus einer Stange ein Rohr und eine Stange lässt sich immer viel leichter biegen als ein entsprechendes Rohr. Wenden wir uns nun dem Inneren Bau der Grashalme zu, deren Anatomie müsste ja das Gesagte widerspiegeln. Das hier sei ein Sprossquerschnitt, der abgeschlossen wird durch eine Epidermis wie immer. Sein Inneres besteht zunächst einmal aus Parenchym, also aus dünnwandigen, grossen Grundgewebezellen. In diesem Parenchym liegen Leitbündel, die hier vereinfacht dargestellt sind. Das bedeutet Leitgewebe, also Xylem und Phloem, und dieses wird auf beiden Seiten zusätzlich durch eine Kappe aus Parenchymfasern verstärkt. Typisch für die Monokortülen, zu denen die Gräser ja gehören, ist eine Verteilung der Leitbündel über den gesamten Sprossquerschnitt. Eine dermassen regelmässige Anordnung findet sich beispielsweise bei Rhizomen, die keine tragende Funktion haben. Bei Sprossen ist hingegen üblich, dass die Leitbündel und damit auch die verstärkenden Sklärenchymfasern gegen die Peripherie hin angereichert sind. Meistens noch deutlicher und zudem oft so, dass die Bündel an der Peripherie kleiner sind und dichter liegen als die locker angeordneten im Zentrum. Diese etwas plumpe und schwere Anordnung tritt bei vielen Monokortülen auf, aber ist bei Gräsern ziemlich selten. Mais wäre ein solches Beispiel. Ganz offensichtlich besteht der Stängel im Zentrum aus sehr grossen, dünnwandigen Parenchymzellen und einigen wenigen Leitbündeln. Die Leitbündeldichte nimmt gegen den Rand hin kontinuierlich zu. Zu äusserst liegt schliesslich ein Dichterkranz an Bündeln, die zudem direkten Kontakt zur Epidermis haben. In diesem Detailbild, das ebenfalls Mais darstellt, ist diese periphere Anreicherung mit Leitbündeln wiederum deutlich sichtbar. Zudem zeigt sich, dass auch die Parenchymzellen gegen aussen kleiner und dickwandiger werden. Obwohl Mais keinen hohlen Stängel hat, sind also auch hier die mechanischen Elemente eindeutig an der Peripherie angereichert. Solche massiven Sprosse sind, wie gesagt, bei Gräsern eine Ausnahme. Nebst Mais gehört auch das Zuckerrohr zu diesem Typus, welches im massiven Stängelmark eben jenen Zucker speichert, den wir landwirtschaftlich nutzen. Pflanzen mit solchen Sprossen erreichen selbstverständlich kein dicken Längenverhältnis von 1 zu 500. Zurück zum Sprossquerschnitt. Sklerenchymfasern entlang der Leitbündel sind nicht die einzige mechanische Verstärkungsmöglichkeit, welche der Halm besitzt. Sprosse können im Prinzip beliebige Teile des Parenchyms ins Sklerenchym umwandeln. Eine Lösung, die bei Gräsern und vielen anderen Monokatylen häufig auftritt, ist ein Sklerenchymring, der im Spross drin liegt, also eine Art hartes Rohr aus Fasern, eingebettet in eine weiche Masse aus Parenchym. Ist dies der Fall, das heisst, läuft ein geschlossener Sklerenchymzylinder mitten durch die peripheren Leitbündel, dann werden diese gewöhnlich nach innen verlagert. Sie liegen dann teils im Sklerenchymring drin, teils aber auch ohne Verbindung zu diesem im Mark. Fasern des Sklerenchymrings und Fasern der Leitbündel sind anatomisch gleichgebaut, das heisst, diese beiden Bereiche verschmelzen zu einer einzigen zusammenhängenden Struktur. Die mechanische Stabilität des Sprosses wird dadurch erheblich erhöht, gleichzeitig schluckt dieser Komplex aus dickwandigen Zellen nun aber so viel Licht, dass sich das Parenchym innerhalb und ausserhalb des Ringes entsprechend anpasst. Die Schicht unter der Epidermis wird zu einem sichtlich grünen, also chlorophyllreichen Assimilationsparenchym, während das lockere Markparenchym im Inneren des Zylinders nur noch spärlich Chloroplasten ausbildet. In aller Regel wird daher der innerste Teil komplett aufgelöst. Es entsteht eine Markhöhle, bei der selbstverständlich auch die innersten Leitbündel verschwinden. Eine Anordnung dieser Art ist typisch für viele Monokortüle aus zahlreichen Familien. Epidermis, Assimilationsparenchym, Sklerenchymring, kann auch dünner sein als hier, eingelagerte Bündel mit Faserscheiden, die allmählich in freie Markbündel übergehen, lockeres Parenchym und Markhöhle. Nun mag man sich fragen, warum liegt denn das Sklerenchymring im Innern des Sprosses und nicht direkt unter der Epidermis? Wenn hier eine Kraft ausgeübt wird, trifft diese unter der Epidermis auf weiches Parenchym und auf einen Sklerenchym-Zylinder, der zu weit innen liegt. Würde die Pflanze das Sklerenchym direkt unter die Epidermis legen, dann könnte das Parenchym nur noch sehr wenig zur Assimilation beitragen. Die Pflanze befindet sich in einem Dilemma. Aus diesem Dilemma haben die Gräser einen Ausweg gefunden, quasi einen Kompromiss. Das Sklerenchym bildet einen Zylinder, der zwar im Inneren liegt, aber rundherum Rippen ausbildet, die bis an die Epidermis vorstossen. Das Assimilationsparenchym liegt eingebettet zwischen diesen Rippen, aber nun ebenfalls direkt unter der Epidermis, wo am meisten Licht vorhanden ist. Wirkt nun eine Kraft auf den Halm, in der Regel der Wind, dann können die Rippen diese Kraft direkt von der Epidermis übernehmen, durch den Zylinder weiterleiten und auf die gegenüberliegenden Rippen samt Epidermis übertragen. Dieses Beispiel zeigt einen typischen Sklerenchym-Zylinder, der über sehr kräftige, vorspringende Rippen verfügt. Dazwischen liegen grosse Packungen an Assimilationsparenchym direkt unter der Epidermis und mehrere Zelllagen dick. Diese beiden Strukturen, die in regelmässigem Wechsel an die Epidermis stossen, erzeugen das charakteristische Streifenmuster, das wir von vielen Gräsern kennen. Dunkle Streifen aus Parenchym oft etwas vertieft, dazwischen helle Streifen aus Sklerenchym oft leicht vorspringend. Da die Epidermis weitgehend durchsichtig ist, wird hier eine anatomische Struktur direkt von aussen sichtbar. Die Oberfläche eines gerippten Sklerenchym-Zylinders gleicht gewissermassen einer kanalierten Säule, wobei die Säule natürlich massiv ist, im Querschnitt ein Stern, und das Gras in der Regel hohl, im Querschnitt ein Zahnrad. Der proportionale Anteil dieser Gewebe, insbesondere die Mächtigkeit des Sklerenchym-Rings, kann selbstverständlich variieren, sowohl von Art zu Art, als auch entlang des Sprosses. Bei Gräsern trockener Standorte nimmt das Sklerenchym-Anteil tendenziell zu und gleichzeitig das Assimilationsparenchym ab und ab und ab, bis es praktisch verschwunden ist. Dieses Beispiel zeigt einen solchen Fall, der auf den ersten Blick einen kompletten Sklerenchym-Ring direkt unter der Epidermis besitzt. Der Schnitt links ist ungefärbt, im Schnitt rechts sind die verholzten, also Ligninhaltigen Zellwände rot gefärbt. Mehrere Lagen an dicht gepackten Sklerenchym-Fasern bilden an der Peripherie geradezu ein kompaktes Rohr. In der Vergrösserung zeigt sich jedoch, dass auch hier zwischen den leicht vorspringenden Sklerenchym-Rippen noch ein kleiner Rest an Assimilationsparenchym vorhanden ist, wenn gleich vom zentralen Parenchym getrennt durch dicke Lagen an Fasern. Offenbar lohnt sich für die Pflanze bereits eine einzige Schicht dünnwandiger grüner Zellen direkt unter der Epidermis, die ja wohl hier vor dieser dicken Packung ans Sklerenchym kaum eine nennenswerte mechanische Schwächung darstellen. Amen.